Ich hab' den Schädelfick wie Sau Bist du ganz klar? Ja, das hab' ich gemerkt Warum eigentlich? Keine Ahnung Aber ich hab' den Schädelfick wie Sau Schädelfick, alles klar So nennt man das heutzutage Das sind die coolen Cats Julan ist für uns die Jugend Mit groß D Die Jugend Ja, es sind keine zwei davon Ja, dann sind wir schon tot Die wurden schon erschlagen von den korrekten DIE korrekten Oh scheiße Digga, was rauchst du bitte? Alter 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 Boah Was sagste? Schönes Geräusch in der Aufnahme Ah, Gehörsturz Ich hab' den Schädelfick Ich hab' den Schädelfick Ich weiß es nicht Vielleicht auch reingepupst Alter, was war das grad eben? Er lebt wieder, er lebt wieder Keine Ahnung Irgendwas hat mich gerade nach unten in Aufnahme 2 gezogen Ja, das war ich Ja, das war Julian Warum? Hat'n Grund Auf einmal war da so'n mega lautes Rauschen Ah Ah, der Gast verfolgt mich wieder Krieg's mich nicht Wie viel zu schnell? Ich bin Speedy Nico Speedy 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 Gonzales Um die Ecke rum Er hat immer noch vom Gast verfolgt Schnellste Penis in Mexiko Arribaribandale Say what? Hä? Monster Penis in Mexiko Nein, nicht Monster Ich hab' dir gesagt Der schnellste Penis in Mexiko Irgendwie macht es das nicht besser Verstanden Ich will da nicht sagen Aber Irgendwie macht es das echt nicht besser Ich find schon Everybody do the floor Pfff Boah Alter, das macht voll den Kack Ohrwurm Der ist so schlecht ernsthaft Es ist ja schon in 20 Minuten fertig die Aufnahme Ist ja voll krank Oh Ich habe erst zweimal Level 30 gelevelt Da ist wieder ein Gas Ich wollte noch was anderes suchen, was interessant sein könnte So, jetzt entschädt ich mir ein Schwert Noch eine Picke, das traue ich mich nicht Soll ich es tun? Ja, der Zombie Pickern auf unserer Seite Ich könnte ihn mit Wasser Mit Wasser bewerfen und würde er Schaden kriegen Hm Oh, hi Dann will es hart haben Dann gib es ihm hart Ah, ich kann, ich entschädte einen Bogen glaube ich Fuck Schwert Hatte ich erwähnt, dass die zwei, dass die Blumen die zwei hoch sind nerven? Ja Ja, irgendwie bei der ersten Aufnahme oder so Wer nervt? Die Blumen die zwei hoch sind Ja, die nerven halt Ich kann tote Kreaturen sehen Du wirst, was ich halt sehen kann Boah, ich habe echt mega Pech beim Enchanten gerade, das ist ja Nico, das ist mein ganzes Leben Pech Nico, das ist mein ganzes Leben Pech Ich habe einen Diamantischwert mit Bann und Haltbarkeit Ich hab einen Diamantischwert mit Bann und Haltbarkeit Ja Einfach nur, einfach nur, einfach nur Scheiße Was hast du auf deinen Bogen? Ich habe keinen Bogen gemacht Wer hättest du mal? Julian Was? Halt die Fresse Halt die Fresse Halt die Fresse Einfach nur, einfach nur Halt die Fresse Ich hab noch nicht beim Verzaubern gefailt Ja, ich schon dreimal Ich würde mal drauf bekommen, was ich wollte Ja, du hast auch im Vergleich zu mir schon viel weniger Enchanted Ich hab mich einmal Enchanted Ja, eben, das ist ja schon viel weniger Da hat jemand ne Pussy statt nem Penis Guck mal einer an Meinst du Julian? Da Can Da Can Da Can Oh, und was macht er? Er möchte, dass du auf Normal schaltest Was hätt'n der gekifft? Die Türks sind's nen Stein in den Arsch Ne, das wird ihm gefallen Ich brauch neue Rüstungsteile Verdammt, warum geh' ich raus? Ich hab kein Bauchpanzer mehr und keine Irgendwas anderes, wie das heißt Ja, die Eisenrüst... Ah ne, das geht noch Alter, wie oft regnet's hier bitte? Brustpanzer Was? Ich hab' den Sensor aber da Ah, für Pflanzen Pionie Was zum geiler ist denn ne Pionie? So was gibt's? Ja Große, pinke Blumen Das Wichtigste ist pink Ja, und es gibt kleine, pinke Blumen auch noch Und das sind Pinke Tulpen Yeah Und rangen anscheinend auch noch Boah, ich bau' jetzt ne Clock ey, das kotzt mich an Ich bau' ich schnell ne Clock rein Clock? 5 Redstone, so ich brauch ne Fackel Und... Stein Schöner Stein 1, 2, 3 Zack Sticks Äh, nackter Mann, wir müssen nämlich so wieder runter unter die Erde Was? Für nackter Mann Was für nackter Mann? Wie? Wir müssen nix wieder Eisen farmen gehen Ah, okay Dann war schon wieder ein Scheißdreck Eisen Eisen, ja Das ist so'n schön hartes Metall Sag mal ein weiches Metall Gut Gold Joa, war schwer, ne? Ne, hatte irgendwie was Ne, hatte irgendwie alles Tief Ja, alles Aber Äh, amensional Wollt Was machtest du denn schon wieder? Wasser vergessen. Ja. Ja, komm mal her. Wo stirbt denn der dauernd? Der ist wieder gestorben? Nee. Vielleicht wollte ich sicher gehen, dass er nicht stirbt, weil ich so nett bin. Hast du Gianni unterwegs? Deswegen stirbt er nicht. Es ist Nacht. So. Ich wollte noch irgendwas machen. Der auch, der auch. So, dann... Gehen wir mal auf die geschmeidige Suche. Zu dem, was ich möchte. Geschmeidig ist auch schon... Wie ist das? Ja. Das ist definitiv, was ich möchte. Ja, ich suche Minecraft jetzt Penisse. Finde ich bestimmt nur im Extreme Hill Biom. Oh, 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 man. Ja, da willst du titten. What? Du meinst, Wodka-Schläuche. Ja, du rauschst wieder. Wodka-Titen. Wer rauscht wieder? Ich wieder? Ja, du. Wir beide rauschen ja nicht. Ach, man. Warte. Wir benutzen solche Mittel nicht. Wir benutzen ja das. Rauschen und nicht mehr. Flieck. Ich bin Meister im Kampf. Habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? Ist ja zu scheiß. Ich bin so gut, Alter. Ich bin so mighty. Yeah. Yeah. Digga, yo. Swag. Fuck, dude. Du bist sogar zu rappen? Aha, die Welt lädt hier nicht weiter. Interessant. Erstmal, der bei den Kids ankommt. Neuladen. Aha, interessant. Bemerke. Einmal das obere Feld im Graben verbraucht eine Hacke. Nein. Echt. Zombies. Wir haben gerade zwei Witches gespawnt. Geil. Immer geil. Jemand's nimmt, ne? Naja. Wenn Bitches spawnen, ist das nie schlecht. Achso. Das wär voll geil. Ey. Der hat mir gerade voll dem Pfeil in den Arsch geschossen. Ja. Der mir jetzt am linken Ellenbogen drin steckt. Ne, in der linken Hand. Fuck, ich geh baden. Den hier. Den hier. Den hier hab ich gesagt. Stirb endlich. Autsch. Du sollst nicht auf mich schießen. Ne? Ne? Willst du nicht sterben? Doch, du willst sterben. Warte, Dick. Mobs. Zu viele Mobs. Mobs. Oh, geil. Hm. Wollange du nicht Mobs sagst. Zu viele Mobs, ja. Wieso spawnen die hier direkt vor meiner Nase? Alter, was geht? Vor der Nase? Ja, vor der Nase. Voll vor der Nase. Hm. Ist jetzt scheiße. Ja. Geronimo. Ah, warte mal. Ich bin blöd. Oh, das wär mega shitty. In der Seite, ich denke, jetzt doch stimmt. Das du hässlich bist, ja, das stimmt, Nico. Nee. Äh. Was viel, viel ungeileres. Soll ich denn mal, hier kann ich mal. Boah, das ist ja hart, hart, hart. Ah. Was? Hässlich, ja. Verpasst euch. Na, willst du battlen, kleiner Zombie, hä? Hast du keine Schiss? Nee, nicht vor dir. Komm doch her, Spinnchen. Komm. Das ist echt gut. Boah, mach ich nicht einfach. So, hier nochmal. Okay. Wir können alles anbauen, was wir brauchen. Alles. Fast alles. Wir haben keine Melonen. Ah. Dann bau mal Hanf an. Aber, nee, Weizen und, ähm. Melonen hab ich. Kakaobohnen. 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 Mh. Komm, ich Kekse draus machen, die geben dich mehr als Brot. Titten draus machen, die geben Brot. Ja, cool, wenn man Schokolade mitmachen kann, da. Mh. Schokolade. Das wär echt was. Yay. Premium. Hast du auch schon subscribed? Warte, kurz Position merken. Aufschreiben, Nico, lautet die Devise. Nee, passt. Äh. Ja, okay. Ich kann aber gerade nicht. Weil Mops. Die mobben mich dann. Oh. Digga, da ist ein Mobbenopfer. Hat's was aufm Boden gefallen? Ja, aufschreiben, so aufgeschrieben. So. Jetzt. Oh. Shit. Hat mich da verarschen. Hat. Meine Brücke. Meine Brücke, hab ich gesagt. Verpiss dich. Bitch.